Hier in Leonberg entwickeln wir die Zukunft und das bedeutet konkret assistiertes, automatisiertes und vernetztes Fahren. Deswegen nennen wir es auch das Silicon Valley der Fahrerassistenz. Der Standort Leonberg ist ein Standort mit einer längeren Historie und aufgrund der vielen Zukunftsthemen hochattraktiv für junge Leute. Deshalb ist auch der Standort Leonberg innerhalb der Bosch-Gruppe einer mit dem jüngsten Durchschrittsalter. Das assistierte, automatisierte und vernetzte Fahren wird insbesondere in der Zukunft unser Straßenbild ganz besonders prägen. Aufgrund des starken Wachstums entsteht in den nächsten Jahren hier ein Technologie-Campus, der Platz schafft für mehrere tausend Mitarbeiter. Als Mitarbeiter am Standort Leonberg können Sie einen erheblichen Beitrag zur Sicherheit, dem Umweltschutz und dem Verkehrsfluss leisten. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Ihre Entwicklung von der Vision in die Wirklichkeit umzusetzen. Und überall besteht der Anspruch, Systemkompetenz komplett vollumfänglich zu besitzen, das dem Kunden anzubieten, dem Fahrzeughersteller vollumfänglich zu beraten und eben damit auch eine Marktführerschaft zu halten und auszubauen. Ja, Technik fürs Leben umzusetzen, das ist, was mich begeistert. Und im Bereich der Fahrerassistenz ist das sehr sichtbar, machbar, erlebbar. Wir sind ein sehr junger Geschäftsbereich, seit 2016 als CCAD-Bereich unterwegs und hatten vorher jahrelang eine Vorentwicklung im Bereich des automatisierten Fahrens. Heute verstehen wir uns als Pioniere in der Entwicklung dieser sicheren und zuverlässigen neuen Welt. Unsere Produkte, das sind Systeme, Software und Services. Mit denen sind wir sicher, dass wir einen neuen Standard für höchsten Komfort und maximale Sicherheit auf unseren Straßen setzen. Zurzeit entwickeln wir die nächste Generation unserer automatisierten Fahrfunktionen. Da wäre zum Beispiel der Highway Pilot zu erwähnen, der es zukünftig dem Fahrer ermöglicht, während der Fahrt E-Mails zu lesen, zu beantworten oder auch ein Buch zu lesen. Seit einem Jahr arbeite ich jetzt in einem tollen internationalen Team in Leonberg. In einem internationalen Team zu arbeiten, bringt sich sehr viele Vorteile mit. Jeder kommt mit einem anderen Background, einer anderen Sprache, einer anderen Kultur. Man hat verschiedene Know-hows aufgebaut und ich finde, man kann immer davon profitieren und sich in einer positiven Weise entwickeln. Mir als Grundleiter ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben, jeden Morgen motiviert ins Büro kommen und ihre Aufgaben lösungsorientiert verfolgen. Mit agilen Entwicklungsmethoden beschäftigen wir uns bei Bosch schon seit einigen Jahren. Insbesondere in der Softwareentwicklung helfen uns diese Methoden, neue und innovative Systeme schnell und effizient zu entwickeln. Das Beste finde ich persönlich immer am Ende von einem Projekt, wenn man dann sein Ergebnis auf der Straße fahren sieht. Perfectly Kielers ist ein Produkt von Bosch von AEBE, was aus einem Smartphone einen Autoschlüssel macht. Die Hauptfunktionalitäten von Perfectly Kielers sind Auto öffnen, abschließen, Motor starten. Aber wir haben auch die Möglichkeit, mit diesem Produkt Autoschlüssel über die Cloud mit unseren Freunden und Partnern zu stehen. Als Produktona bin ich fernantwortlich für den Austausch zwischen unserem Team und den Stakeholder und auch die Priorisierung und Definition von Arbeitspaketen. Diversity bedeutet für mich, dass jede Meinung zählt. Egal woher du kommst, wie alt du bist oder wie lange du in einer Firma arbeitest, alle Meinungen sind wichtig. Jede Perspektive steuert etwas bei und die Mischung von Leuten mit verschiedenen und unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen macht uns besonders. Manche treffen sich zum Jören, andere um Tischkicker zu spielen und andere um ihre Muttersprache und Kulturarbeit zu behalten. Ich arbeite persönlich gerne in Leonberg, weil ich habe das Gefühl, dass meine Ideen gehört und meine Arbeit geschätzt wird. Leonberg hat auf der einen Seite eine exzellente Anbindung an Stuttgart und auf der anderen Seite eine hervorragende Autobahnanbindung. Das bedeutet für unsere Mitarbeiter, dass sie auch von entfernten Wohnorten bequem den Standort Leonberg erreichen können und somit zwischen einem Leben auf dem Land und einem Leben in der Stadt wählen können. Mir hat schon immer hier der Flair in Leonberg gefallen und ich bin mir sicher, dass sich der Standort hier weiterentwickeln wird. Wir werden hier wachsen, wir werden hier das Zentrum der Fahrerassistent sein und des automatisierten Fahren. Wir haben hier die interessantesten Produkte, die es gibt und die werden uns vor allem auch für Leonberg die kommenden Jahre eine gute Beschäftigung geben. Ich arbeite hier sehr gerne, weil Technik fürs Leben hier passiert. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft mit. Ich bin überzeugt davon, dass die Kombination aus jungen Mitarbeitern und hochinteressanten Themen genau die Kreativität entfesseln wird, die wir benötigen, um aktiv die Mobilität der Zukunft mitzugestalten. die milière psychologie feiert die